Wir müssen noch mal ganz kurz über den 34. Spieltag letzte Saison reden. Ungern. Ja, müssen wir leider doch durch. Wie hast du diesen extremen Moment, wahrscheinlich auch der extremste Moment in deiner Karriere, wie hast du das wahrgenommen und wie hast du danach auch vor allem mental dich regeneriert? Also danach erstmal war ich natürlich mit meinen Jungs und meiner Familie viel, weil die wissen natürlich auch, dass man das Thema dann nicht so häufig anspricht, wie wenn du jemanden triffst, den du jetzt nicht oft ziehst. Das ist auch das, wo ich sagen kann, dass man immer wieder dann zurückgeholt hat, sag ich mal, wenn du Leute getroffen hast, mit denen du nicht so viel zu tun hast, die natürlich dann als allererstes danach gefragt haben. Also wie bei uns jetzt gerade. Genau. Also denkst du wahrscheinlich gerade, komm, schon wieder die alte Leier oder was? Nee, aber so habe ich es eigentlich versucht. Ich denke, so haben es alle von uns gemacht, dass einfach jeder die Zeit für sich und mit seinen Ängsten quasi verbracht hat und einfach auf andere Gedanken gekommen ist. Was ist deine Motivation für die neue Saison? Gibt es eine klare Zielformulierung bei euch? Ja, dass man es besser macht wie letztes Jahr.